Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, jetzt wahrscheinlich schon im Intro gelesen. Ich bin heute am Guppibach, ich war hier letztes Jahr mit Tobi von Tobis Aquaristik Exzessen hier und der hat leider aktuell YouTube Pause, deswegen bin ich alleine hierher gefahren. Wählt mich aber im Laufe des Videos noch mit dem Thilo treffen, der uns ein bisschen was zu den Barschen hier im Bach sagt und wir werden noch eine Wasserprobe machen. Also, viel Spaß beim Video. So Freunde, ich glaube wir fangen erstmal am Anfang an, also wir sind ziemlich früh morgens da angekommen, da war es, ja, um die 17, 18 Grad. Der Guppibach, ja, ist ein künstlich angelegter Bach, der das ganze Jahr über warmes Wasser aus dem Erdreich bekommt und die Wassertemperatur zwischen 31 und 27 Grad ganzjährig halt beträgt in dem Bach. Wie gesagt, ja, der Bach ist künstlich angelegt und man sieht es ja auch, also wir hatten 17 Grad Außentemperatur ungefähr und der Bach hat halt gut gedampft von den Temperaturen her. Ja, der Bach ist an einigen Stellen ziemlich breit, wie ihr hier seht und an anderen Stellen sehr, sehr schmal und dicht bewachsen. Mal mit mehr, mal mit weniger Strömung. Dadurch entstehen natürlich auch verschiedene Zonen in dem Bach, die natürlich auch von den verschiedenen Fischen, die da drin leben, bevorzugt werden. Die schauen wir uns auf jeden Fall heute im Laufe des Videos nochmal genauer an, was das für Zonen sind. Ja, und der Bach war relativ trüb an einigen Stellen, also recht milchig sogar. Da sieht man es nochmal. Komischerweise nicht an allen Stellen. Also umso weiter man, ja, flussabwärts gegangen ist, umso klarer wurde das Wasser und umso weiter man oben war, umso milchiger wurde es. Ja, schauen wir jetzt mal unter Wasser. Ich war an der Stelle, die relativ flach war, wo das Wasser noch nicht so sehr milchig war. Da habe ich einfach mal die GoPro reingestellt und, ja, ihr seht es selbst. An der Stelle war alles voll mit Mollis und mit Guppis. Also das war so ein Uferbereich. Ja, relativ viele eigensinnhaften Steine gewesen, wie man das sieht. Sieht mir nach Gladofora oder sowas aus. Wie gesagt, in dem Bereich habe ich echt nur diese Guppis und Mollis gesehen. Und auch eher, ja, relativ junge Fische, also relativ kleine Fische. Ja, und um euch mal das Ausmaß zu zeigen, was da wirklich an Fischen drin rumschwimmt, habe ich mir mal den Spaß erlaubt und ein bisschen Futter mitgenommen, das sind so Mückenlarvenpaste, und habe die mal ins Wasser reingemacht, um euch mal zu zeigen, was da unter Wasser eigentlich abgeht an Mengen von Fisch, was da rumschwimmt. Also das ist echt, ja, leicht überbesetzt, wie man da sieht. Ihr könnt das Ganze jetzt mal ein bisschen beschleunigen. Da seht ihr mal, was dann, ja, am Ende da los war. Ja, und wie gesagt, an dem Stück, wo ich da jetzt war, der in diesem Uferbereich, waren halt nur Mollis und Guppis. Wunderschöne Mollis, also Naturfarben, dann gecheckte mit gelben Saum an der Schwanzflosse. Also echt wunderschöne Tiere, aber teilweise auch ziemlich deformiert, wie die Guppiweifelchen, die da drin zum Beispiel rumschwimmen. Man sieht es ab und zu, wenn sie dran vorbeischwimmen. Die haben deformierte Kiemendeckel, ja, und sehen halt nicht so ganz gesund aus, aber trotzdem topfit. Also irgendwas scheint in dem Wasser noch drinnen zu sein, was die vielleicht nicht ganz so vertragen. Oder vielleicht ist es auch Inzucht, weil, ja, wer weiß, wie viele da am Anfang reingesetzt wurden von den Guppis. Und, ja, ob da frisches Blut dazu kam oder nicht. Wie gesagt, das bleibt ein Rätsel. Aber wir werden ja auch gleich nochmal eine Wasserprobe machen. Dazu aber später mehr. Ja, wie gesagt, in dem Bereich nur Guppis und Mollis. Und das war natürlich auch ein Bereich, wo sehr, sehr wenig Strömung war, gerade am Uferbereich. Ja, ein Stückchen weiter flussaufwärts, wo da ein bisschen mehr Strömung war, habe ich auch erst mal im Uferbereich gefilmt. Da hat man dann gesehen, da waren keine kleinen Guppis mehr und auch keine Jungfische in dem Sinn. Aber die ersten Zebrabundbarsche, man sieht sie da ein bisschen durchs Bild huschen. Ja, und wie gesagt, im Strömungsbereich war eigentlich so gut wie gar nichts an Fischen. Ein paar große, adulte Mollis sind da so rumgeschwommen. Aber relativ wenig, wie man da jetzt sieht. Also die Strömung ist da auch schon echt extrem stark. Ich hatte da sogar Probleme, dass mir die GoPro gerade bleibt und nicht vom Stativ knickt. Aber wie gesagt, da sieht man, da sind schon die ersten Zebrabundbarsche, die da drinnen rumschwimmen in dem Bereich. Und ja, sobald man Richtung Ufer kommt, da sieht man dann, wird es dann wieder dichter bevölkert. Gerade auch von Mollis. Ein paar vereinzelten Zebrabundbarsche, die da drinnen rumschwimmen zwischen den Mollis. Da sieht man sie. Aber eher dünn besiedelt, sag ich jetzt mal, im Gegensatz zu dem Bereich, wo wir eben waren. Ja, pflanzenmäßig sieht man auch, es ist alles sehr, sehr vereigt. Also richtige Algenpolster sind da auf den Pflanzen drauf, auf dem Schilf. Oder ich glaube, es sind sogar Wallisnerien gewesen, was da reinhängt. Also die sehen auch nicht so gut aus. Ja, ein Stückchen weiter ist nochmal eine Stelle, wo richtig fette Strömung ist. Also da hatte ich wirklich Angst, dass mir die GoPro abreißt. Da wird das Wasser irgendwie beschleunigt. Ja, da habe ich beim letzten Mal, als ich da war, Antennenwälze in der Strömung gesehen. Jetzt sieht man nur ganz vereinzelt mal ein paar Mollis drinnen rumschwimmen. Aber ja, da ist die Strömung, wie gesagt, so krass hart und so schnell, dass da, glaube ich, kein Fisch wirklich Bock hat, sich längere Zeit drinnen aufzuhalten. Also man sieht es ja auch, da ist so gut wenig Algen sind ohne Ende da. Die sehen sogar ganz schön aus. Also für Algen finde ich das ganz nice. Und da ist, wie gesagt, sehr, sehr krasse Strömung und ja, sehr, sehr dünn besiedelt. Also so, wir sehen es an einer anderen Stelle, wo es ein bisschen tiefer ist und das Wasser auch ein bisschen drüber ist. Und hier sind überwiegend, ja, die Barsche am Start. Ja, da ein Stück Schmetterfluss aufwärts. Da sieht man, ist das Wasser immer milchiger. Und da ist es aber so, dass am Ufer eine kleine Kante ist und dann geht es relativ, ja, steil nach unten. Und das Wasser ist ungefähr so einen Meter, ja, einen Meter bis anderthalb Meter tief. Und da fängt es dann an mit den, ja, Hemikromis und den Zebrabundbarschen in rauen Mengen. Die kommen übrigens die ganze Zeit an die Kamera geschwommen, weil vorne an der Wasserkamera blinkt so eine rote LED. Und das hat die irgendwie ganz schön getriggert, glaube ich. Die sind ständig an die Kamera geschwommen gekommen, sind ja sogar hinterher geschwommen. Fand ich ganz lustig, aber guckt euch mal, diese Hemikromis an die da drin rumschwimmen. Da sieht man es jetzt nochmal ein bisschen besser im Uferbereich. So was von ausgefärbte knallrote Tiere, also das sieht man im Zofa-Handel nicht so krass mit solchen Farben, oder? Das ist echt Wahnsinn, was da rumschwimmt. Bei den Zebrabundbarschen sieht man es, die sehen alle so ein bisschen deformiert aus. Die Hemikromis, im Gegensatz zu denen, sehen echt topfit aus. Ich habe jetzt hier gleich nochmal eine komplette Gruppe von denen gefilmt. Also hier ist erstmal ein Pärchen. Ich glaube, die haben da in der Nähe irgendwo gebrütet, weil das Männchen ist auch ständig an die Kamera geschwommen. Und ja, hat die versucht zu verscheuchen. Aber wie gesagt, schaut euch mal an, was für wunderschöne Tiere. Und vor allem, was in der Masse da jetzt drin ist an den Tieren. Da ist jetzt diese ganze Gruppe. Beim ersten Mal, wo ich da war, haben wir Glück gehabt, dass wir mal einen Hemikromis vor die Linse bekommen haben. Und jetzt, wie gesagt, das ist schon kein Gubbi- oder Mollibach mehr. Langsam entwickelt sich das Ganze zu einem Hemikromis- und Zebrabundbarschbach, oder? Das ist schon echt krass, was da so evolutionsmäßig abgeht drinnen in dem Bach. Und wie gesagt, vor allem die Farben. Also ich bin echt total begeistert von diesen Fischen. Deshalb, ich bin auch im Belegen, ob ich mir da vielleicht ein Pärchen beim Andreas hole, in der Zierfischfarm, und die bei mir ins Auto-Aquarium reinsetze. Weil von Temperatur her wird das sogar passen. Zu der Trübung nochmal ganz kurz zu sagen. Ich habe mit jemandem gesprochen, der da ortsansässig ist. Der vermutet, dass die Trübung entsteht durch Hydrauliköl, was durch irgendwelche diversen Pumpen oder irgendwelche Maschinen, die da in diesem Bereich genutzt werden, freigesetzt werden. Da ist mir das ganz krass vor die Linse geschwommen. Und zwar ein Albino-Zebrabundbarsch. Also ich habe echt gedacht, ich sehe nicht richtig. Der schwimmt da einfach seelenruhig drinnen rum und lässt sich filmen. Hat bis jetzt, glaube ich, auch noch keinen Gubbi-Bach gesehen. Superschönes Tier. Und vor allem der sieht auch richtig gesund aus. Nicht so deformiert wie die anderen. Und jetzt nochmal, um zurückzukommen auf den Bereich, wo die sich aufhalten. Da sieht man es. Ziemlich kurzes Ufer. Ziemlich dicht bewachsen. Sorry für die verrückelten Aufnahmen gerade. Aber ich habe mit der Wasserkamera im Schilf festgesteckt. Ja, da sieht man es. Die halten sich so an der Uferkante auf, mit dem Hang ins tiefe Wasser abzutauchen. Also da sieht man, es geht relativ steil da hinten runter. Und ja, die Strömung ist so mittelmäßig. Und die Fische halten sich halt eher so im dicht bewachsenen Uferbereich aus. Ich denke mal, dass sie da wahrscheinlich auch brüten werden. Und ja, Mollis sehe ich da relativ große nur. Ein paar vereinzelte, kleine. Aber ich denke mal, das ist eher so ein Buffet für die Barsche. Und ja, wie gesagt, also die halten sich eher in einem etwas tieferen Bereich auf. Und da sieht man es halt auch. Das Wasser, wie gesagt, ist relativ dreckig, relativ trüb. Die Strömung ist mittelmäßig. Und das ist so das Gebiet von den Zebra-Bundbarschen, von den Hemichromes. Von den kamerageilen Zebra-Bundbarschen noch dazu zu sagen. Ja, und dann gibt es noch einen anderen Bereich. Einen Flachwasserbereich, der auch gleichzeitig am wärmsten ist. Weil das ja der Ursprung des Bachs sozusagen ist. Da halten sich dann die ganzen kleinen Entler-Guppies auf. Und erstaunlicherweise auch sehr, sehr viele Garnelen. Also es verwundert mich ein bisschen, weil die Garnelen haben es eigentlich lieber ein bisschen kühler. Und die Wassertemperatur beträgt an der Stelle so um die 30 bis 32 Grad. Da sieht man es. Es ist alles komplett voll mit Garnelen. Ich kriege es leider mit der Kamera nicht richtig drauf. Aber ich denke, ihr seht, was ich meine, was da an Massenrennung umschwimmt. Und dann kommen wir jetzt auch zum letzten Bereich. Und zwar der Bereich vor dem Warmwasserzulauf. Ja, da halten sich Rotfedern, Rotaugen, Goldfische und so weiter und so fort auf. Also ganz normale einheimische Fische, außer halt die Goldfische natürlich. Die wurden wahrscheinlich auch da drin ausgesetzt. Aber das ist dann der Kaltwasserbereich. Da ist kein einziger Guppi oder Molli oder sonst irgendwas zu sehen. Der gehört den Kaltwasserfischen. Ich glaube, den habt ihr bis jetzt auch noch nicht gesehen. Ja, wie gesagt, das ist der Bereich vor dem Wärmezulauf des Guppi-Bachs. Ich glaube, das sind Modalieschen, was da drinne rumschwimmen. Ja, ist auch gut was los in dem Bereich. So, und was ich heute auch hier auch machen wollte, ist mal einen Wassertest zu machen. Also eine komplette Wasseranalyse. Dafür habe ich mir hier den JPL-Testkoffer mitgenommen. Jetzt schauen wir mal, was hier so für Wasserwetter am Start sind. Also müssen wir erstmal die Carbonathärte hier im Bach. 48 49 50 51 52 karbonat von 52 junge mit dem wasser kannst du leute totschlagen also karbonat hätte von 52 heftig dass man den ph wert also ph wert ist bei acht gut und testen jetzt mal nitrit oder 0,05 so freunde ich habe jetzt gerade meine wasseranalyse gemacht ich lese mal die werte vor also ein ph wert von acht in der gesamtheite von 27 eine karbonat hätte von 52 das ist echt hart nitrat nicht nachweisbar phosphat nicht nachweisbar silikat 3,0 schon sehr hoch kupfer ist keins drin nitrit liegt bei 0,05 ist also noch okay bei der anzahl von fischen passt das noch kalium haben wir über 20 also sehr sehr hoch und eisen ist bei 0,1 das sind die wasserwerte hier aus dem guppibach ja schon heftig so ich bin nicht alleine hier am guppibach der tilo ist noch mit hier hallo und ja erzähl doch mal ganz kurz wer du bist was du machst ja ich bin der tilo ich beschäftige mich mit aquaristik seit vielen jahren angefangen hat in den 70er jahren das schon eine ganze weile her tatsächlich so alt bin ich schon ja und überwiegend mit sich lieben und lebend gebärden denn das zieht sich so durch bis zum heutigen tag und schreibt auch mal über die fische mach mal fotos von denen beschäftige mich vor allem mit dem verhalten das ist mal ganz interessant und es gibt irgendwie was neues zu entdecken den sascha kenne ich über die zierfischfarm jung über den andreas da haben wir uns mal getroffen und heute sind wir zusammen hier am guppibach und gucken mal was hier so drin ist haben schon ein paar fische dabei und schauen uns die mal etwas genauer an wir haben jetzt mal ein paar rausgefangen um euch die in den fotoböcken zu zeigen und die erklärt euch das was dazu ist jetzt natürlich danach wieder rein so was haben wir dann da schön das so da haben wir als erstes ein hemichromis hemichromis gut tatus ist es wahrscheinlich wie die meisten die man die so erhältlich sind so wie es aussieht ein männchen typisch für die art sind die vielen vielen blauen glanzpunkte es könnte ja unterschiedlich aussehen also die grundfarbe ist meistens oliv oliv braun oliv grün in verschiedene richtungen im handel kriegt man ja meistens welche oder sieht man oft welche die sehr rot sind sehr farbig sind aber die art ist tatsächlich sehr variabel diese variante hier ist eher etwas unscheinbar auf den ersten blick nicht ganz so rot aber auch nur dann wenn sie gerade keinen jungen haben sobald sie junge haben und junge führen und die pflegen betreuen sind sie leuchtend rot gelb okay der ist schon recht groß und ich denke mal dass es ein männchen ist ja cool was haben wir noch was hast noch rausgeholt so gucken wir mal was wir noch haben so okay der hemichromis der war nicht alleine an der ecke sind ja auch gesellige fische zumindest so lange bis sie kein revier verteidigen und hat ein paar kumpels mit dabei gehabt also das ist denke ich mal ein weibchen was wir hier haben ist etwas kleiner als das männchen und an der gerundeten bauchpartie zu erkennen das sieht man sehr nach einem weibchen aus oder noch ein recht und auch noch ein recht junges tier ich habe einen wasserfleck auf der linse sehe ich gerade so wasserfleck kann man entfernt so okay weiter geht es ja genau also hemichromis gotatus nochmal dieselbe art und allen anscheinend nach weibchen was man erkennen kann ist etwas kleiner als das männchen etwas fülligere bauchpartie und wenn sie jungtiere haben oder eier gelegt haben dann sind die weibchen von dieser variante auch oft farbiger also das rot ist etwas kräftiger und das gelb ist etwas strahlender bei dieser variante aber es gibt sehr viele unterschiedlich aussehende auch im handel die meisten sind sehr sehr rot und diese variante ist eher rot gelb sieht man hier in dem becken jetzt nicht so schön ja ein bisschen schreck färbung jetzt wahrscheinlich genau genau der fühlt sich ja nicht ganz so zu hause aber wir schauen mal was wir hier noch sehen das auf jeden fall erstmal der hemichromis was haben wir noch so wir haben auf jeden fall noch zäberbundbarsche so hier ein recht großes tier mal schauen oder hier noch etwas kleineres so ja mein zäberbundbarsch ja das ist ein kleinerer zäberbundbarsch der sieht nicht ganz so gut aus ich vermute mal das hängt damit zusammen dass gerade die art hier in dem gewässer nicht so gut klar kommt mit den schadstoffen die hier drinne vermute ich mal also der sieht etwas mitgenommen aus wie formiert etwas deformiert wie viele weil ansonsten ist das ja ein recht harter buntbarsch der überall klar kommt und von dem man eher zu viel als zu wenig im aquarium hat das ist hier nicht ganz so aber die haben sich trotzdem her etabliert das ist eine etablierte population man sieht die an jeder ecke außer jetzt hier vorne wo wir gerade sind ja da sind nur nur mollis drin so wie es aussieht eher so die tiefrenn stellen mögen sie wohl eher das ist dem wahrscheinlich hier zu flach und so übersichtlich und er wo es bepflanzt ist oder steine sind tiefe stellen da sind sowohl eher zu finden die zäberbundbarsche okay überwiegend sind ja hier mollis drin die mollis scheint sich wohl das scheint wohl die stärkste stärkste art hier drin zu sein die durchsaison stärkste auch also die gruppis haben etwas abgenommen im bestand mollis sehen auch alle fast alle stabil und gesund aus die wir hier sehen ja hemichromis übrigens auch nur die zäberbundbarsche sind etwas nicht ganz so fit aber kann aber vielleicht auch sein dass es einfach nur überzüchtet ist denkbar denkbar dass ich nur ein pärchen irgendwie mal reingewandert ist und das alles in zucht ist kann natürlich auch sein kann man nicht ausschließen man weiß nicht so ganz genau ja allerdings ist so zäberbundbarsche sind ja fast über viele generationen nachzuziehen ohne dass man in zucht degenerationserscheinungen erkennen kann aber das ist auch eine möglichkeit durchaus durchaus machen wir doch mollis haben wir drin ja die haben wir jetzt schon auch schon die haben wir schon gesehen im bach schon direkt schon gesehen und da muss man sagen die sehen hier tatsächlich sehr sehr gut aus ja also wir haben verschiedene in verschiedenen farben und formen also die meisten sind so wie der grau und etwas gescheckt und die sind alle topfit also es sind wenig mollis die da etwas schon schwächlich aussehen oder nicht so gut gewachsen die mollis ist dann geht es hier offensichtlich recht recht so richtig gut ja vor allem bei der karbonat hätte 52 karbonat hätte das wunderbar da feiern so party gefällt denen ja da stehen sie drauf also die mollis sind tatsächlich sehr schön also auch sehr schöne schwarze habe ich gerade gesehen hier um die ecke in den pflanzen drin den geht es hier richtig gut ja ja cool gut dann würde ich sagen jetzt natürlich wieder zurück jetzt jetzt war die wieder zurück ja so genau da schon so da schwimmen sie und ziehen sie wieder von dann macht gut und man sieht es auch bei den sich liden die schwimmen gleich wieder ins tiefe ja stimmt die gehen gleich wieder ins tiefe wasser ja und hier ist wie gesagt alles voll mit kleinen guppis und mollis am rand so Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Also nochmal ein Appell an alle, die den Ort hier vielleicht kennen, setz dir auf keinen Fall irgendwelche Fische aus. Die, die jetzt hier drin sind, das ist eh schon überbevölkert. Ich habe gerade mitbekommen, dass eine Familie mit Kind hier ein paar Goldfische ausgesetzt hat, die jetzt hier drin schwimmen. Ich weiß nicht, ob man sie sieht. Ich komme leider mit der Wasserkamera nicht hin, aber da in dem Bereich, da sitzen sie jetzt. Die wurden, wie gesagt, gerade hier ausgesetzt. Das Wasser ist viel zu warm für die. Also wir haben hier noch in dem Bereich 28, 29 Grad. Und ja, wie gesagt, Appell an alle, keine Fische aussetzen, keine rausfangen. So Freunde, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn ihr den Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschüss.